Im heutigen Video möchte ich dir zeigen, wie du den MotionEye Docker Container über den SSH-Zugang deiner QNAP installierst. Das heißt, wie du den Container in die Container Station per Kommandozeile installiert bekommst. Und Anlass des Videos ist, dass ich in der Vergangenheit mal ein Video zur Portainer-Docker-Installation gemacht habe. Und in diesem Video steige ich relativ direkt mit der Installation ein. Und da war vielleicht nicht so ganz ersichtlich, was ich denn vorab gemacht habe, wo ich mich eingeloggt habe. Und das möchte ich dann mit dem heutigen Video nachholen. Denn wenn man jetzt nicht so oft Docker-Container installiert und allen voran dann auch den SSH-Zugang der QNAP benutzt, ist das vielleicht nicht so ganz klar. Also das ist dann Inhalt des heutigen Videos. Wenn du daran Interesse hast, bleib auf jeden Fall dran bis nach dem Intro. Und dann wünsche ich dir jetzt hier viel Spaß mit dem Video. Legen wir also los. Und damit du dich überhaupt per SSH auf deine QNAP einloggen kannst, muss entsprechend die Funktion aktiviert sein. Das heißt, ich bin jetzt hier eingeloggt in der QNAP. Und dann gehst du hier auf dein Kontrollpanel. Und hier im Bereich Network und Fileservices hast du hier einen Menüpunkt Telnet SSH. Und da klickst du drauf und falls du hier Allow SSH-Connection noch nicht aktiviert haben, solltest du dann auf jeden Fall den Haken setzen und aktivieren und dann hier auf Apply klicken. Und dann solltest du auf jeden Fall die Voraussetzungen geschaffen haben, damit du dich auch gleich per Terminal, hier in meinem Fall über den Mac, per SSH mit deiner QNAP verbinden kannst. Also das solltest du vorab kontrollieren und checken. Und dann geht es jetzt auch hier weiter mit dem nächsten Schritt und wir locken uns per SSH auf die QNAP ein. Damit du dich jetzt per Konsole mit deiner QNAP über SSH verbinden kannst, brauchst du ein Kommandozeilentool. Hier auf dem Mac nutze ich dann jetzt Terminal. Auf einem Windows-Computer könnte das dann Party sein. Und dann gibst du hier folgende Befehlszeile ein, nämlich SSH, Leerzeichen, dann Admin für den Admin-User deiner QNAP. Der hat in dem Fall dann wirklich alle Rechte, da bist du auf der sicheren Seite, gefolgt von der IP-Adresse. Also SSH, Leerzeichen, Admin, Ad, IP-Adresse deiner QNAP und dann drückst du Enter. Dann gibst du dein Passwort für den Admin-User ein und danach siehst du dann folgendes Fenster. Du bekommst hier nochmal ein paar Auswahlpunkte für die Konsole. Die brauchen wir jetzt alle nicht, wir wollen ja direkt ein Kommando absetzen und diesen Dialog schließt du dann mit Q. Also du gibst hier dann ein Q und sagst Enter und dann bist du nochmal gefragt, ob du das wirklich beenden möchtest. Wir sagen hier Ja und dann schließt du hier dieses Menü und kannst jetzt dann auch direkt einen Befehl eingeben. Also wir sind jetzt hier eingeloggt, du siehst das auch hier oben per Terminal über SSH mit dem User Admin mit auf der entsprechenden QNAP, also mit der IP-Adresse deiner QNAP. So und jetzt im nächsten Schritt können wir dann auch schon den Docker-Container installieren. Das heißt, wir müssen uns noch einen Befehl raussuchen, den wir jetzt verwenden. Den nächsten Step möchte ich dir dann beispielhaft anhand des Docker-Containers für MotionEye zeigen. Falls du MotionEye noch nicht kennen solltest, es gibt wirklich sehr viele YouTube-Videos über dieses Thema. Da werde ich jetzt nicht genau drauf eingehen, was MotionEye genau ist und was du alles einstellen kannst. Aber generell ist es eben ein Tool, mit dem du deine Videostreams komfortabel managen kannst. Und ich bin dann jetzt hier auch schon in der Doku für Install in Docker und dann scrolle ich einfach ein Stück runter. Und in dem Fall mache ich jetzt wirklich heute mal die Quick and Dirty-Lösung. Das heißt, ich kopiere mir jetzt hier den Code, den wir dann jetzt gleich in der Kommandozeile absetzen. Lass alle Einstellungen mal so, wie sie sind. Merken müssen wir uns im Prinzip hier den Port. Also wir locken uns dann später ein mit IP-Adresse, der QNAP und dem Port hier. Alles andere lasse ich jetzt mal so und dann machen wir auch direkt weiter mit der Installation. Das heißt, ich gehe wieder hier zurück in meine Kommandozeile, setze den Befehl jetzt einfach ein und setze den jetzt ab. Und dann schaut erst mal der Befehl, ob du schon das Image heruntergeladen hast hier für MotionEye. Ansonsten wird das jetzt heruntergeladen. Das siehst du hier, Pulling from der GitHub-Seite des Entwicklers, also c-grizan-slash-motion-eye. Und dann kann man dem Ganzen hier ja folgen. Nachdem das heruntergeladen ist, wird das dann entsprechend installiert, ausgepackt installiert. Und sobald der Dialog hier fertig ist, sollst du dann auch einen entsprechenden Container in deiner Container Station vorfinden. Und bist im Prinzip dann auch schon mit der Installation fertig. Deshalb mag ich eigentlich hier diesen Schritt per SSH, wenn du eben ein fertiges Docker-Skript oder einen fertigen Installations-Dialog findest. Dann kannst du den eben direkt hier einsetzen erst mal und könntest auch erst mal direkt starten. Falls du vielleicht einfach nur mal irgendeinen Docker-Container testen möchtest, ist das eben wirklich ein schneller Weg. So, und am Ende sollte es ungefähr dann so aussehen. Du siehst hier nochmal einen Status, dass das eben alles auch installiert ist. Und ja, dann können wir jetzt mal schauen, ob ein Container angelegt wurde. So, zurück dann hier in der QNAP schauen wir mal in die Container Station. Das heißt, ich öffne hier die App. Und dann sollten wir auch den neu installierten Container vorfinden. Und das ist dann hier der Fall. Der ist auch direkt schon, der läuft dann auch direkt schon. Und du siehst das hier MotionEye. Und wenn du hier jetzt draufklickst auf den MotionEye-Container, dann kommst du ja in die Konsole, beziehungsweise du siehst das Log. Und hier oben hast du dann auch schon die URL für deinen Container, beziehungsweise für den MotionEye-Zugriff. Also du siehst das ja hier, die IP-Adresse deiner QNAP plus den Port 8765. Und da kannst du auch direkt draufklicken. Und dann öffnet sich auch schon hier das MotionEye-Fenster. Das heißt, das hat soweit alles funktioniert. Der Standard-User-Name ist dann Admin ohne ein Passwort. Und wenn du dann auf Login klickst, bist du auch schon in MotionEye eingeloggt. Und dann siehst du erst mal hier den Standard-Will-Commons-Screen. You have not configured any camera. Das ist klar, es ist eine frische Installation. Hier neben hast du dann das Menü von MotionEye. Das ist ja in dem Fall eingeklappt gewesen. Also hier klappst du das auf. Und dann können wir auch direkt die erste Kamera anlegen. Als nächstes möchte ich dir noch kurz zeigen, wie wir eine Kamera hinzufügen. Und dazu nutze ich jetzt mal den RTS-P-Stream einer meiner Yee-Kameras. Da hatte ich in der Vergangenheit auch schon Videos dazu gemacht. Auch wie du den Yee-Hack installierst. Wie du dann die Yee-Kamera dann auch in Home Assistant integriert bekommst. Ich verlinke dir nochmal das Video rechts oben. Schau da gerne mal rein. Das heißt, ich gehe jetzt auf meine Yee-Kamera. Die hat ja entsprechend eine Web-Oberfläche. Das heißt, ich kopiere mir hier oben den RTS-P-Stream. In der höchsten Auflösung. Sag hier kopieren. Gehe zurück in meinen MotionEye. Und sage dann hier oben in diesem Auswahl-Dialog Add-Kamera. Hier gehe ich dann auf den Bereich Network-Kamera. Füge dann entsprechend den RTS-P-Stream ein. Hier vorne sind jetzt Leerzeichen. Die nehme ich mal raus. Klicke kurz mal ins Leere. Und dann findet auch schon oder erkennt hier MotionEye, dass es sich um eine RTS-P-Kamera handelt. In dem Fall habe ich keine Username und Passwort vergeben. Deshalb sage ich hier direkt OK. So, und dann dauert es einen kleinen Moment und du siehst, dass der Stream hinzugefügt wurde. Dann kannst du natürlich die ganzen Einstellungen hier vornehmen. Wie gesagt, gibt es wirklich sehr viele Videos darüber. Möchte ich nicht genau darauf eingehen. Vielleicht nur mal ganz kurz als Tipp hier im Bereich File Storage. Könntest du dann eben sagen, dass du deine Medien uploaden möchtest. Also deine gespeicherten Videos. Und hier könntest du zum Beispiel einen FTP-Server anbinden. Falls du jetzt halt eine Kamera hast, die nur lokal auf eine SD-Karte in deiner Kamera aufzeichnet. Und dann hast du halt hier die Möglichkeit, dann deine Streams wirklich auch extern außerhalb der Kamera zu speichern. Oder du kannst hier halt die ganzen coolen Funktionen ganz unten nutzen. Also Motion Detection, Motion Notifications und kannst dann hier definieren, wann die Kamera wie aufnehmen soll. Also es ist wirklich schon cool. MotionEye, schaust dir gerne mal an, wenn du es noch nicht kennst. Und ja, das hat dann soweit funktioniert. Und dann möchte ich dir zum Schluss noch ganz kurz zeigen, wie du dann jetzt auch hier MotionEye in Home Assistant anlegst. Falls du Home Assistant Nutzer bist. Ich bin dann jetzt hier in meiner Home Assistant Testumgebung. Wir gehen hier in den Bereich Settings, dann auf Devices und Services und auf Add Integration. Es gibt nämlich eine Standard-Integration. Dort suchen wir nach Motion, klicken das an. Und dann kannst du auch schon die Daten deiner MotionEye-Instanz angeben. Das heißt, ich setze jetzt hier mal die URL ein, SUMPORT, und setze eben dann hier den Admin-Namen ein. Das ist Admin und der Standard-Surveillance-User-Name ist nur User. Und dann sage ich es mit und dann siehst du folgendes. Du bekommst erst mal eine Fehlermeldung, dass du die Instanz, die MotionEye-Instanz nicht anlegen kannst, weil eben zwingend ein Passwort erforderlich ist. Und falls du jetzt eben keins hinterlegt haben solltest in MotionEye, musst du das noch zwingend tun. Das heißt, wir gehen hier in den Bereich MotionEye, dann General Settings und dann gibst du eben halt hier ein Passwort ein für den Admin-User und auch für den Surveillance-User. Das heißt, das mache ich jetzt hier. Danach landest du wieder auf dem Login-Screen und wenn du jetzt einfach nur den Usernamen eingibst, dann solltest du dich nicht mehr eindoggen können. So, und du bekommst hier die Fehlermeldung. Das heißt, das hat jetzt auf jeden Fall funktioniert, dass das Passwort hinterlegt ist, dass eben deine Credentials akzeptiert wurden. Und mit diesen Settings können wir dann jetzt zurück in den Home Assistant. Das heißt, hier setze ich dann die hinterlegten Passwörter ein. Und jetzt sollten wir auch hier die MotionEye-Instanz anlegen können. Und du siehst, ich klicke auf Submit und bekomme dann hier auch direkt meine erste Kamera mit angezeigt und sage hier mal Finish. So, und dann bekommst du hier eben eine Karte für MotionEye und bekommst auch direkt hier die Kamera angelegt als ein Device mit acht Entities. Und wenn ich jetzt hier mal draufklicke, dann siehst du halt eben hier die Entities, die jetzt hier abgerufen werden für die Kamera. Das heißt, das hat dann eben soweit funktioniert. Das wollte ich dir noch ganz kurz zeigen, dass du eben dann hier auch auf schnelle Art und Weise eben den Vorteil ziehen kannst, wenn du eine MotionEye-Instanz verwendest, dass du hier wirklich schnell deine Kamerastreams auch in Home Assistant integriert bekommst. Das soll es dann soweit gewesen sein für das heutige Video. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann zeig mir das gerne mit einem Daumen hoch. Wenn du noch irgendwelche Fragen haben solltest, die unbeantwortet geblieben sind, dann immer ab damit in die Kommentare. Und falls du hier neu sein solltest auf meinem Kanal und solche oder auch andere Smart Home Videos in der Zukunft sehen möchtest, denk doch mal über ein Abo nach. Falls du den Kanal abonnieren solltest, aktiviere in jedem Fall auch die Glocke, dann wirst du jedes Mal informiert, sobald ich ein neues Video online stelle. Zum Schluss bleibt mir dann nur noch zu sagen, vielen Dank, dass du dir dieses Video angeschaut hast. Ich würde mich total freuen, wenn du dir auch meine künftigen Videos anschaust. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Bis bald.